Hallo, in diesem Video schauen wir uns eine Aufgabe über Markov-Ketten an. Es geht um stationäre Verteilungen und irreduzible und abperiodische Markov-Ketten. Unsere Aufgabe ist, betrachte die Markov-Kette mit der Übergangsmatrix P, die ich dort aufgeschrieben habe, wobei p eine Variable ist in dem Intervall von 0 bis 1. Aufgabe 1, bestimme alle stationären Verteilungen der Markov-Kette. Aufgabe 2, für welche p ist die Markov-Kette irreduzibel? Und drittens, für welche p ist sie aperiodisch? Wir haben es hier also mit einer Markov-Kette mit drei Zuständen zu tun. Und diese Übergangsmatrix P beschreibt die Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir von einem Zustand in den anderen wechseln. Und zwar ist das wie folgt zu lesen. Hier die Zahlen sind immer die aktuellen Zustände und die Spalten repräsentieren dann den nächsten Zustand. Das heißt, 1 minus p beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Zustand 1 sind und rüber wechseln zum Zustand 1, also im Zustand 1 bleiben. Und p halbe ist dann die Wahrscheinlichkeit, wir sind im Zustand 1 und wechseln in den Zustand 2. Ich habe das mal visualisiert. So sieht das hier aus. Wir haben die Zustände 1, 2 und 3. Und die Wahrscheinlichkeiten habe ich hier an die Pfeile geschrieben. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Zustand 1 bleiben, ist 1 minus p. Wir wechseln jeweils mit Wahrscheinlichkeit p halbe zu den Zuständen 2 und 3. Und falls wir im Zustand 2 sind, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Mit Wahrscheinlichkeit 1 wechseln wir zurück zum Zustand 1. Das ist hier die 1 an dieser Stelle. Und analog die 1 hier unten beschreibt die Wahrscheinlichkeit, vom Zustand 3 zurück in den Zustand 1 zu wechseln. Im ersten Aufgabenteil sollen wir jetzt alle stationären Verteilungen dieser Markov-Kette bestimmen. Und eine stationäre Verteilung ist folgendes. Das ist so eine Verteilung Pi, sodass Pi mal die Übergangsmatrix wieder die Verteilung Pi ergibt. Wie kann man sich das vorstellen? Dieses Produkt beschreibt immer einen Wechsel in einem Zeitschritt. Pi beschreibt die aktuelle Verteilung der Zustände. Und wenn wir Pi mit der Übergangsmatrix multiplizieren, beschreibt das dann die Verteilung der Zustände im nächsten Zeitschritt. Und falls diese Verteilung der Zustände im nächsten Zeitschritt immer noch Pi sind, dann ist diese Verteilung stationär. Sie wird sich also nie wieder verändern. Und um jetzt alle stationären Verteilungen dieser Markov-Kette zu bestimmen, muss ich dieses Gleichungssystem nur noch lösen. Das heißt, ich löse Pi mal Pi gleich Pi nach einer Verteilung Pi auf. Das heißt, in unserem Fall, das hier ist unsere Matrix Pi. Und die Verteilung Pi ist dann dieser Vektor, hat drei Einträge für die drei Zustände, die wir haben. Und ich multipliziere diesen Verteilungsvektor Pi mit der Übergangsmatrix P und möchte dann wieder den Verteilungsvektor Pi erhalten. Die linke Seite der Gleichung, die kann ich ausmultiplizieren. Ich habe das hier mit einer Multiplikation von einem Vektor mit einer Matrix zu tun. Das heißt, ich muss hier die erste Spalte nehmen und dann mit diesem Zeilenvektor multiplizieren. Komponentenweise, das heißt, 1-P mal Pi1 plus 1 mal Pi2 plus 1 mal Pi3 ist Pi3. Und das soll dann gleich Pi1 sein hier hinten. Und das dann für die nächsten beiden Spalten genauso. Also Pi halbe mal Pi1 ergibt Pi2 und Pi halbe mal Pi1 ergibt dann Pi3. Das sind also drei Gleichungen, die die stationäre Verteilung erfüllen muss. Und es gibt noch eine zusätzliche Bedingung, eine vierte Gleichung. Wir müssen haben, dass die Summe dieser Pi's 1 ergibt. Ein solcher Vektor, eine solche Verteilung muss sich immer zu 1 aufsummieren. Zur Erinnerung, diese Pi's ergeben die Wahrscheinlichkeiten an, dass wir aktuell in diesem Zustand sind, zum Beispiel im Zustand 1. Und diese Wahrscheinlichkeiten aufsummiert müssen 1 ergeben. Das heißt, als vierte Gleichung erhalten wir diese Gleichung. Ich erhalte also hier dieses Gleichungssystem mit diesen vier Gleichungen und das kann ich lösen. Und zwar wie folgt zum Beispiel. Ich starte hier mit der Gleichung 1. Dort multipliziere ich diesen ersten Faktor aus. Das heißt Pi1 minus Pi mal Pi1 plus Pi2 plus Pi3 gleich Pi1. Und Pi mal Pi1 hole ich auf die rechte Seite. Das heißt Pi1 plus Pi2 plus Pi3 ist gleich Pi1 plus Pi mal Pi1. Nun weiß ich, dass die Summe der Pi's gerade 1 ist, nach der Gleichung 4. Also habe ich hier stehen 1 gleich. Und hier klammere ich Pi1 aus. Also 1 plus Pi mal Pi1. Und wenn ich jetzt noch durch 1 plus Pi teile, weiß ich, dass Pi1 gleich 1 geteilt durch 1 plus Pi ist. Und mit den Gleichungen 2 und 3 finde ich dann heraus, wie groß Pi2 und Pi3 sein müssen. Nämlich jeweils Pi geteilt durch 2 plus 2 mal Pi. Damit habe ich jetzt also alle stationären Verteilungen gefunden. Die müssen also wie folgt aussehen. Die erste Komponente muss 1 geteilt durch 1 plus Pi sein. Und die zweite und die dritte jeweils Pi geteilt durch 2 plus 2 Pi. Wobei Pi dann jede beliebige Zahl in dem Intervall 0 bis 1 sein darf. Und das sind jetzt alle stationären Verteilungen der Markov-Kette. Gut, damit hätten wir die erste Aufgabe erledigt. Kommen wir zu den verbliebenen beiden. Und dazu erst einmal die Definition von irreduzibel und aperiodisch. Eine Markov-Kette mit der Übergangsmatrix P heißt irreduzibel. Zunächst einmal intuitiv. Wenn es möglich ist, von jedem Zustand in jeden anderen Zustand zu wechseln. Und die mathematische Definition ist, falls es für alle Zustände i und j eine natürliche Zahl gibt, sodass es in n Schritten möglich ist, vom Zustand i zum Zustand j zu wechseln. P hoch n, die Matrix, gibt ja die Übergangswahrscheinlichkeiten in n Schritten an. Und falls es für alle Zustandspaare i und j eine Schrittlänge n gibt, sodass die Wahrscheinlichkeit in n Schritten von i nach j zu wechseln positiv ist. Und wenn das für alle Zustände gilt, dann ist eine Markov-Kette irreduzibel. Also es ist möglich, von jedem Zustand in jeden anderen Zustand zu wechseln. Und eine Markov-Kette mit der Übergangsmatrix P heißt aperiodisch, falls es keine Perioden gibt, sozusagen. Also wir starten in einem Zustand und wir wechseln in andere Zustände und gucken an, in wie vielen Schritten wir zu diesem Zustand zurückkommen. Und falls es jetzt so ist, dass wir immer nur in zwei Schritten wieder zurückkommen können oder in vier Schritten oder in sechs Schritten, dann haben wir es hier mit einer Periode zu tun. Wenn das nicht so ist, dass wir keine Periode haben, also wenn wir zum Beispiel in einem Schritt zurückkommen können, aber auch in zwei oder in drei, dann heißt die Markov-Kette aperiodisch. Und das ist hier die mathematische Definition dafür. Also für alle Zustände i soll gelten, dass der größte gemeinsame Teiler von der Menge der Schrittanzahlen, sodass wir in n Schritten starten können in i und zurückkehren in i, dass die Wahrscheinlichkeit größer als 0 ist. Der größte gemeinsame Teiler dieser Menge soll gleich 1 sein. Und das ist einfach die mathematische Beschreibung für diese Aperiodizität. Lasst uns das hier einfach in unserem Beispiel konkret anschauen. Also wir wollen zuerst herausfinden, für welche p diese Markov-Kette mit diesem Übergangsgrafen irreduzibel ist. Und falls p nun nicht gerade 0 ist, dann ist es hier immer möglich, von 1 zu 2 zu wechseln. p darf also nicht 0 sein. Wenn wir in 2 sind, kommen wir immer rüber zu 1. Und wenn wir in 1 wieder sind, ist es hier der gleiche Fall. Mit der Wahrscheinlichkeit p halbe wechseln wir zu 3 rüber. Und das heißt, p darf nur nicht gleich 0 sein. Und dann ist es immer möglich, von 1, 2 oder 3 in jeden anderen Zustand zu wechseln. Das heißt also, für alle p in diesem linksoffenen Intervall von 0 bis 1 ist die Markov-Kette irreduzibel. Und p darf also nur nicht gleich 0 sein. Und aperiodisch, wann ist die Markov-Kette aperiodisch? Stell dir mal folgendes vor, p ist jetzt gleich 1. Dann würde hier stehen 1 minus 1 gleich 0 für die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Zustand 1 bleiben. Mit der Wahrscheinlichkeit 1,5 wechseln wir rüber zu 2 und mit der Wahrscheinlichkeit 1,5 rüber zu 3. Und dann passiert folgendes, wenn wir in 1 starten, wechseln wir nach links oder nach rechts, zum Beispiel nach links, und wechseln wieder zurück. Und dann zum Beispiel wieder nach rechts und wieder zurück. Das heißt, wir landen wieder bei 1, nur in einer geraden Anzahl von Schritten. Und dann haben wir es mit einer Periode zu tun. Dann haben wir die Markov-Kette aperiodisch. Falls jetzt p nicht gerade 1 ist, sondern eine andere Zahl zwischen 0 und 1, dann ist es hier immer möglich, in der 1 zu verweilen und erst dann wieder rüber zu wechseln. Dann entsteht keine solche Periode, dass wir immer nur in zwei Schritten wieder bei der 1 sind. Das bedeutet also, wenn p nicht gerade 1 ergibt, 1 ist, dann ist die Markov-Kette aperiodisch. ис Dirosition 3 3 5 6